Herzlich Willkommen in der Bar 7. Schön, dass ihr heute bei uns seid. 2015 hat sich Thomas Nüßlein mit der Bar 7 hier am Kornmarkt in Schweinfurt seinen Traum erfüllt. Und heute stellen wir sie euch kurz vor. Im gemütlichen Ambiente mit Großstadtflair treffen sich viele Stammgäste und Thomas selbst sagt, hier bist du nie allein. Mit wechselnden Gerichten ist die Bar 7 der perfekte Ort für den Lunch, den man im Sommer auf der schönen Sonnenterrasse genießen kann. Egal ob Familien mit Kindern, Junge oder Junggebliebene, in der Bar 7 fühlt sich jeder wohl. Besonders im gemütlichen Innenraum kann man bei einem Glas Wein, einem Espresso oder Kaffee oder bei einem kühlen Bier den Abend perfekt ausklingen lassen. In der gut sortierten Karte ist für jeden etwas dabei. Jeden Donnerstag lädt Thomas zur angesagten Afterwork-Party ein. Ab 18 Uhr sorgen DJs für die richtige Stimmung. Also, kommt doch vorbei in eurem Second Home. Denn mit der Bar 7 liegt ihr immer richtig. Schön, dass ihr heute bei uns wart. Bis bald! Wie bei uns Jochen und hope für die Stuen Era aus unserer Säge, seitdem ihr Beitrt hat es dann vom Float auf der Schaden www.rlo-ünkgebliebene.insamt.